Hallo mein Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Emma und wir haben natürlich wieder Frohen bekommen, die sind leider ein bisschen geballt gekommen diesmal. Ich werde jetzt die Stuten so decken, dass die ein bisschen auseinandergezerrt werden, sodass wir immer irgendwie was zu tun haben, aber nicht alles auf einmal kommt, weil das ist für mich auch ziemlich anstrengend. Jetzt habe ich gerade Urlaub, ich kann das alles so nach und nach abdrehen, aber wenn ich dann wieder arbeiten bin, ist es verdammt schwierig und deshalb werde ich versuchen, das irgendwie so gut ist, geht es ein bisschen mit dem Stutendecken auseinanderzuzerren, sodass wir immer wieder stetig irgendwas haben. Heute sind das, ich glaube, zehn Fohlen und ja, da sind auch noch nicht alle gesehen, das heißt, es kommen noch mal welche, beziehungsweise es sind schon wieder welche geboren, also eine Folge kriege ich auf jeden Fall noch raus. Und ich glaube, heute kommen, ah ne, die müssten heute alle gekommen sein. Ach, keine Ahnung, ich bin schon total verwirrt. Wir gehen einfach erstmal rein. Wir starten mit Sommersandsturm, einem Hengst 563 GP273, BT noch nicht ausgerechnet, weil ich die Konfo noch nicht hatte. Die hat anscheinend bisher eine 69,2. Hoppala, jetzt habe ich das hier ein bisschen verkackt. So, muss ich mal ausrechnen, aber ich glaube, da wäre noch ein bisschen mehr drin. Er könnte, glaube ich, die 70 schaffen. Ähm, ist halt leider ein Hengst, was soll ich sagen? Wir, äh, habe ich den auch getestet? E-Doppel-A-Dann. Ja? Okay, und wir gucken mal, was die Eltern dazu sagen. Ich sagte, wir gucken mal, was die Eltern dazu sagen. Hallo! Okay, also, wir gucken mal, was die Eltern dazu sagen. 563, ja, ist ordentlich in der Mitte, 584 Sommerwind war der Hengst, den ich darauf gepackt habe. 7, 273. Ja, zwei Goods von der Mutter sind eingebüßt worden, aber, ähm, ja, drei Average trotzdem. Äh, ja, ne, habe ich das nicht gespeichert? Hat er das nicht gespeichert? Das ist ja frech. Ähm, ja, müssen wir uns auch nicht groß drüber unterhalten, weil es ist halt ein Hengst und ich kann ihn leider nicht brauchen. Äh, wird verkauft oder retired. So, jetzt steht's da. Nächstes Fohlen ist Sun Mode. 541, äh, GP354 Average. Ähm, EA und LP und Tobiano. Ich hatte erst gehofft, dass es Rhone, aber war's leider nicht. Äh, äh, gucken wir mal, was hier steht. Oh, ja, da, äh, wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel weiter kommen. An, äh, äh, an Konfi. Jetzt muss ich mal überlegen, was wir mit der Maus machen. Sun Mode ist von dem Hengst von Galakit. Und Sun Rise. Ich muss sagen, dafür, dass die Stute so, ich sag mal in Anführungszeichen, schlecht war, mit, hat der Hengst viel, also viel rausgeholt. Bessere GP und bessere Stats. Obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Ja, ein gut mehr, aber auch, ähm, zwei Average mehr. Ähm, ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Bisschen bessere, äh, Konfo. Seine Konfos B71. Hm. Nee, aber ich glaub, auch die werde ich leider nicht behalten können. Äh, da hab ich mittlerweile einfach Besseres. Und die Mutter war auch schon markiert, dass ich die wieder auch rauslasse. Ich hatte die gefangen und, äh, ja. Na, mal gucken. So, wir gehen mal weiter. Und das ist Salamander. Eine Stute in Fuchs mit einem winzigen kleinen weißen Fuß. Äh, 548,192. Und sie hat wirklich nichts außer ein A. Und des Weiteren hat sie eine 69, ja. Ja, ist auch nicht berauschend, muss ich sagen. Ich guck mal eben, was die Eltern dazu sagen. Sie ist eine Flaxenträgerin. Äh, 548. Das kommt sehr nah an Mama ran. Das ist schon mal ganz nett. Aber die Stats sind auch nicht gut. 1,92. Papa hat 3,72. Ja, nein. Also ich glaube, auch wenn sie eine Flaxenträgerin ist, äh, möchte ich sie nicht behalten. Ich möchte nicht so viele Mäh-Flaxen haben. Ich möchte das ja hochziehen und nicht immer weiter ausbreiten mit schlechteren. Deshalb, äh, wird sie auch verkauft. Dann gehen wir weiter zu Sea Biscuit. Ein Hengst mit 528. 3, 4, 5. Ja, und da hat mein Herz auch schon wieder ein bisschen geweint. Weil, äh, ja. 3, 4, 5. Ihr seht gleich den Hengst dazu. Doppelt A, ein Cream. Und Tobiano. Ja, das ist schon mal ganz nett so. Ähm, achso, wir wollten natürlich auch noch hier wissen, was hierbei rumkommt. Da wird auch nicht mehr super viel rumkommen. Jo, 69, 7. Ja, wie gesagt, hier 3, 4, 5. Und er hat 3, 8, 1. Nee. Und, äh, ich weiß gar nicht, was Superb hatte. 3, 5, 4. Hm. Aber guck mal, ich hatte jetzt extra ein bisschen geschaut. Bei denen hätte es eigentlich gepasst. 1 Below Average, 4 Below Average. Aber er hat einfach, er hat einfach alles mitgenommen in 5. Auch in Ordnung für ihn. Aber nicht für mich. Deshalb, äh, wird auch er verkauft. Definitiv oder Retired. Am besten auch gleich. Dann haben wir hier die kleine Majoran. Wer sich fragt, wie komme ich immer auf diese dämlichen Namen? Ich weiß es auch nicht. Wir haben 500, opa da, 513, 183. Mit einem Petten. Eine 68, 1. Ist auch nicht total überragend. Müssen wir sagen, wie es ist. Ähm, die Stut, äh, die, 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 die Werte sind grundsätzlich nicht so toll. Ähm, ich bin gerade überlegen, müsste ja eigentlich, ich habe gar nicht nachgeschaut, ob es eine Stuti ist. Aber eine Flachsenträgerin ist es auf jeden Fall. Eine Stuti-Trägerin. Das Stuti-Trägerin wollte ich sagen, auch. Äh, sollte es sein. Ähm, 2, 6, 4 hat sie. Und sie hat nochmal schlechtere Werte als die beiden. Also das ist schon echt krass. Nur die GP-Werte sind ein bisschen hochgegangen und auch die, äh, Konfi-Werte. Aber ansonsten können wir auch hiermit gar nichts anfangen, weil sie einfach nicht gut ist. Und ich glaube, auch die Mutter werde ich demnächst verkaufen, ne. Ja, kann ich die direkt zusammen verkaufen. Äh, müsste aber nochmal checken, kurz, ob das eine Liver-Stute ist, äh, eine Stuti-Stute. Ne, ich erinnere mich, ich habe gerade den Code gesehen. Ähm, ich erinnere mich, dass sie, äh, Code-Hair eine normale Red war. Also gar nichts abgekriegt hat, vielleicht höchstens eine Entträgerin ist. Ich habe auch ganz oft, äh, die Frage schon jetzt bekommen, äh, wie kannst du das sehen? Man geht hier auf dieses Fohlen, auf Untersuchen. Und du hast hier quasi die Farben des Fohlens, äh, nochmal untersplittet. Also, ne, die Mähne und den Schweif und so weiter. Aber auch den Buddy-Index. Der Buddy-Index steht hier. Das ist diese Zahlen-Code. Manchmal sind da auch kleine Buchstaben mit drin, ne. Und dazu gibt es eine Excel-Tabelle. Und wenn man diese Excel-Tabelle damit vergleicht, kannst du genau sehen, wie sehen die denn aus später. Und, äh, ja. Wir können da ja einmal, ähm, rüber swipen. Das wäre hier diese wunderbare Tabelle. Jetzt haben wir hier, ähm, ja, die, äh, Überbegriffe Black, Bay und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt hier, sehen wir die Fohlen. Das ist wichtig für uns, Fohlen. Und das sind diese Codes, die in diesem, die quasi hier stehen. Das ist das. So. Gehen wir da einmal rein. Ich weiß, dass es eine Red ist. Eine Red. So, wir gucken nochmal ganz schnell. Es ist eine 1, 9, 3, 2, schieß mich tot. Und, äh, das ist hier einmal diese Zahl. Das heißt, es ist eine Red. Eine ganz normale Red ohne alles. Und wir können sogar teilweise sehen, wie sehen sie in groß aus. Und die sieht halt so aus. Das, ähm, ich weiß gar nicht, wer das hier immer macht. Also, wer das hier so bearbeitet hat. Hier gibt es wirklich ganz, ganz viele Farben, ganz viele Codes. Ähm, super interessant. Definitiv. Und, äh, ich kann gerne mal den Link unten reinpacken. Äh, das ist sehr, sehr hilfreich. Und, ja, wir machen mal weiter, würde ich sagen. So. Also, wie gesagt, Majoran wird verkauft. Und, ähm, mit der Mutter zusammen, weil sie bringt mir nichts mehr. Auch wenn sich das echt hart anhört. So. Dann haben wir einen Schneeschatten. Äh, einen Hengst. 552, 165, wo ich dann auch ein bisschen geweint habe. Wir haben ein E, ein Grey und nichts. Und, äh, eine 68 Konfi bisher. Das ist verdammt schlecht. Ähm, was da schiefgelaufen ist, weiß ich nicht. Vielleicht sehen wir es gleich. Vielleicht sehen wir auch nichts. So. Ähm, 552. Ach so. Rinji hat da reingeschissen. Und, äh, Schneesturm aber auch. Die GP ist bei ihm geblieben. Okay. Die, äh, Konfi leider auch. Aber 165 ist schon echt krass. 273 haben wir hier. Und er hat 2, oh Gott, was hat er denn auch mal? 264 oder so? Er ist auf jeden Fall, ja, 264. Und, ja. Und meine Fohlen nehmen zur Zeit einfach alle Below Average mit. Die gehen und das geht halt eigentlich einfach gar nicht. Muss ich nicht lange drüber nachdenken. Ähm, ja, geht weg. Ich hätte mich tatsächlich sehr gefreut, wenn das nicht so viel die BAs wären und eine Stute gewesen wäre, weil ich finde die Farbe verdammt schön. Aber nein. Wir, äh, wollen nicht in Gedanken schweben. Wir gehen immer weiter. Und zwar haben wir hier Moon Pie. Ein Hengst Fohlen 536, 183, EAA Cream, dann LP. Richtig was los hier. Ja, und steht kurz vor der 69, was jetzt auch nicht total bombastisch ist. Ähm, aber gut. Äh, ich hab ja schon, bin ja dabei gerade so ein bisschen umzustrukturieren, auch was so die Decksprünge angeht. Und ja, müssen wir jetzt einfach erst mal abwarten. Wir gucken einfach die Eltern dazu an, das sind Balou und Mistral. Äh, 536, ein paar mehr als er hat. Äh, 381, 282, 183, naja, okay. Ne, war nicht total überragend, aber hier sind die Goods auf jeden Fall echt verloren gegangen, schon wieder. Äh, bisschen, bisschen schade. Äh, 68, da müsste an der Konfi eigentlich noch was kommen. Wenn nicht, dann, ja, nicht. Wird aber wahrscheinlich auch ein Gisela-Hengst werden. So, weiter geht es. Und wir haben jetzt hier die Prinzessin Kokosnuss. Die habe ich noch nicht gezeigt, aber die Konfi steht schon da, weil ich mich so darüber gefreut habe. Ähm, ja. Also ich hab mich über diese Stute wirklich wahnsinnig gefreut. Das ist eine Stute von, äh, einer Auktion, die ich hatte. Und die kam da raus. 529, äh, 5, gut, 8 Average, 1 wie Low Average. Sehe ich das richtig? Oh, warte. 5, 6, 1. Oh, warte. Nicht 8. Oh mein Gott. Ähm. Ich hab mich verdammt, 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 verdammt sehr über die gefreut, weil, ja, sie ist einfach toll. Äh, ich glaub, sie ist auch eine Seal, Seal Bug Skin, genau. Voll cool. Ich hab mich richtig gefreut. Äh, EA Cream und ein Petten hat sie auch. Und die Eltern, das kann ich euch gleich zeigen, dann werdet ihr wiedererkennen. Mit dem habe ich nämlich letztens auch ein paar Stunden gedeckt in der letzten Folge. Der Emil oder Emile oder wie auch immer man das ausspricht und Prinzessin Sanddorn habe ich nochmals mit ihm verpaart auch. Und, äh, ja, weil ich so begeistert war von diesem Fohlen. Und, äh, ja, darüber freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Ja, das ist auch immer mal ein Erfolg. Gut, dann haben wir hier Speerwille. Speerwille ist ein Hengst 539 273. Und den habe ich gar nicht getestet. Schande auf mein Haupt. Ich wusste, dass ich ein paar Fohlen vergessen habe. Äh, ein E. LP, Petten, Splash von 1 und Tobiano. Richtig was los. Richtig, richtig schöner Bub. Und hat eine Konfo von 69,2. Uppala. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nice. Jo. Packen wir das auch mal hier rein. Ich finde ihn richtig, richtig hübsch. Da haben sie mal was richtig Schönes zustande gebracht. Aber nicht wirklich was Gutes, sage ich jetzt mal. Wir haben 539, das ist okay. 273 ist auch okay. Das ist sogar ein Below Average weniger als er hat, soweit ich weiß. Ist er ausnahmsweise mal etwas draus geworden. Leider kann ich ihn trotzdem nicht behalten. Also wenn es ein Stute gewesen wäre, hätte ich sie vielleicht sogar behalten. Obwohl jetzt die Konfi nicht krass ist. Aber dennoch. Also es ist, ähm, ja, meh. So, wir kommen zur letzten Stute, meine Freunde. Und es ist die Traumfängerin. Über die ich mich auch gefreut habe. Sie hat 522 gp, 4, 7 und 1 Below Average. Hat ein doppeltes E und ein Cream mit dabei. Und eine Konfi von fast 72. Ich freue mich sehr. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Denn der Papa, äh, den habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Und das ist auch der Emil. Oder Emilé. Und, äh, die Stute habe ich nämlich auch von ihm gehabt. Und habe mich sehr darüber gefreut. Ich glaube, ich habe die beiden auch nochmal miteinander verpaart. Weil ich mich einfach sehr darüber gefreut habe. Ich gucke gerade nochmal ab 65. Da könnte sogar noch die 72 reingrätschen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und, äh, ja, allein das freut mich schon total. Äh, wird auch auf jeden Fall behalten. Also diesmal waren nicht ganz so viele schreckliche Fohlen dabei. Ähm, wie ihr gesehen habt. Aber, ähm, noch genug Trash. Aber ich erwarte auch gar nicht, dass das von heute auf morgen richtig geil wird. Aber, äh, ich habe, wie gesagt, jetzt ein bisschen umstrukturiert. Auch, ähm, mit, äh, Felix, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. Äh, da haben wir, ähm, ein bisschen, äh, wir beratschlagen uns. Wir gucken ein bisschen, was passt, was passt nicht so. Und, äh, ja. Das kann nur besser werden, sage ich jetzt mal. Ja, und, äh, ich bin schon, äh, denke ich mal, wir sind auf einem guten Weg. Und, ja. Lasst mir gerne einen Like, einen Abonnenten, einen Kommentar da. Und guckt zwischendurch auch gerne auf Switch vorbei. Auf Twitch vorbei. Nicht auf der Switch. Oh mein Gott. Da bin ich auch mehrmals die Woche live. Und, äh, ja. Wir sehen uns dann dort oder in der nächsten Folge, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.